Als nächstes machen wir Tortencreme mit Milch und Butter. Das kommt hier einmal drumherum. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe ja jetzt noch Speisefarbe gekauft. Dann ist das hier auch nicht so weiß. Auf jeden Fall kommt das jetzt hier auf, überall. Schokorastel. Wir machen jetzt Kuchenglasur oben drauf. So sieht es jetzt hier aus. Ja. Wir machen jetzt hier mal ein paar Süßigkeiten drauf. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen aufhübschen.